Herzlich willkommen in der WWU's, ich stelle euch die Karl-40. Johann vor, also das ist römische Zahlen, aber ich denke mal, wenn das Schiff kommt, ich glaube, da wird ein bisschen den Namen etwas geändert, weil Karl-40 und dann Johann, ja, also das ist glaube ich das erste Schiff, was wirklich ein Zahl, römische Zahlen, direkt in den Namen drin ist, also das sieht ziemlich sehr interessant aus. Ihr seht schon, das ist ein Tier 9 europäischen Kreuzer, nee, Schlachtschiff, Entschuldigung, Kreuzer, äh, Schlachtschiff, ja, so ganz falsch liege ich nicht, aber, guck, wie ich sage immer, Karl, ich fahre mich nicht so an, aber ich, ich abkürze einfach Karl. Okay, der liebe Karl besitzt diese Werte, äh, Bets, da sind die Werte, der Karl hat 72.900 Leben, Deckpanzerung, da sind wir vorne, haben wir 32, Torpedeschutz 20, ja, bei dem, hier steht Karl leider keine Brandverscherscheinigkeit, aber ich denke mal, hier in knappen Minute. Wir haben hier 4x3, 305 Millimeter, okay, okay, so Kreuzer lag ich doch nicht falsch, also wir haben ein Schlachtschiff, was ein Schlachtschiff rumpf hat, aber gleichzeitig geschützt wie ein Kreuzer, yeah, und ja, wieder ein mehr HI-Schiffe, yeah, naja, mal gucken, Karl hat hier 19,1 Kilometer, wir haben eine HI-Damage von 4.350, Deckpanzerung, durchschlagen haben wir 51, Brandverscherscheinigkeit von 28, Minusgeschwindigkeit, sehen wir auch von der Granaten aus, 856 Meter pro Sekunde, und die AP-Granaten machen 8400 Schaden, genauso schnell, wir haben ein Reliode von 23 Sekunden, das ist erstmal sehr angenehm, wir, dazu noch, wir haben noch relativ, wir können das Nachladenbud, oder mal ein Modul einbauen, wir das nachladen, Reduzierung machen, das ist schon mal ganz gut, aber gleichzeitig, wir haben auch eine europäische, Schiff, mal gucken, welche Module, das Ding, die ich bekommen, also, es kann sein, die immer nur, die gleichen Module, die anderen dazu bekommen, oder, was anderes, oder was Spezielles, wir haben einen 180 Grad, wir sind wir bei 30, 30 Sekunden, und eine Streuwert von 251, 7,5, 1.8, das ist schon mal angenehm, nicht wieder bei einem Kerner, etwas bisschen schlechter, aber hier ist schon mal angenehm, die, ja, Luftschläge, interessiert uns wirklich, kein, oh, Torpedosbesitz, oh, oh, Torpedosbesitz, das schöne Ding, Ui, 13,5 Kilometer, 86 Kilometer, 86 Kilometer, what, so, relativ schnell, das ist aber, wie, aber, hier steht, also, 4x4, 4x4, das ist, das ist, aber sehr, sehr viel, ne, 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 ist nicht den, von den Propeer ist das, der erste Schlagschiff, also, wir haben ja auch die schliefen, coolen Mauch, Schiff, Toppedos, an Bord, aber, 90 km, das ist doch noch, also, das sind die, gerade die, glaube, die, schnellsten, Schlagschiff, Toppedos, gerade, immer im bord bekommen wir haben hier klappt über minuten wie dort 180 grad trägung blablabla haben wir von tobias 1,6 kilometer wo er besitzt das schiff auch 14,4 mal 17 kilometer 150 das ist so dass ein secondary schiff sein also ich glaube dass es ein secondary schiff sein sein und zweimal und sechs mal 220 millimeter ich habe durch das so leicht an es soll als secondary schiff glaube kommen also das wäre ein bisschen makaber die haben ja die äthinischen schlachtschiff auch als secondary schiff angekündigt und die waren auf diesen hoffen scheiße also das ist das überhaupt keine secondary schiffe nachkampfschiffe das ein hoffen scheißdinger sind das also da muss vorgeben ich mal ein bisschen lieber parken ok also secondary könnte mal rein durch wissen ausbauen könnte man mal überlegen da kommt auf einmal so 120 150 also die 150 die können locker die die 30 millimeter deckplanzungen erschlagen aber die 120er er so denkt mal so leichten flächen schein so wir haben die luft dabei besitzt das ding auch sieben stücke ist ok reichwert von sechs kilometer 30 klonen also mal hier mit serien mark kommen wir ungefähr auf ich glaube fast klappt 32 glaube ich 32 bei quetschte über 98 meter pro sekunde 800 800 800 890 metern haben wir geschäftsdrehung 16,4 am ruderstellzeit damit von 13 kilometer wenn wir tarnungsmodul einbauen und auch tarnung gehen wir haben wieder reichwert von 13 5 rechnen im kopf würden wir ungefähr auf 11,5 glaube kommen ungefähr um zwölf kilometer also ich denke mal so 11 5 wenn wir kommen also wir können gerade so und so top noch abschmeißen so palm pathos meter haben wir also ich denke mal für flüchten wenn es gerade hart auf hart kommen kann wir abhauen können gerade flüchten nachteil 13 30 30 50 ist nicht der schnellste also er relativ eher so mit pferde sowieso ja mato style also nicht der schnellste pot bisschen schade aber wir können relativ mit torpedos arbeiten also schon mal ein vorteil aufsichtsreichweite sind wir bei 11,3 von sie bei flugzeugen und damit sehen wir bei das nebel singen 10,3 das ist aber sehr angenehm so wir haben der mensch control part repertur part oder ein hydrophone besitzen wir hat 3,5 kann die u-butter die u-butter nee die u-butter werden bei zwei kilometer aufgedeckt ich bin es bei 3,5 kilometer und schiffe fünf kilometer ich würde sagen das ist ungefähr der standard u-butter standard hydro wert also karl der vierzehnte vierzehnte klingt erst mal so nicht schlecht ist man ja ist nichts besonderes aber was hier ist der highlight sind eigentlich die torpedos also hier ist er die torpedos an weg mit dem schiff ja so mit heil schießen was haben wir hier ok wir haben frontbatterien also ich denke mal 19 1 ist schon 59 relativ persönlich angenehm ich denke mal so long range er mit heil schießen so und dann also bitte kunstanz wenn kreuze doch mal breitseite fahren kreiber ap durchlagen aber ich denke mal die ap macht auch schlachtschiff auf mittelkurs ist das auch menge schaden aber höchsten nicht auch nicht auch wasserlinien sondern etwas höhe da wird es welche menge aua geben aber wo ich denke mal gruppen ganzen ist ein schiff was sehr viel metall geschossen wird ja es ist sowieso spießt hier ja ähnlich wie brandenburg odin ist eigentlich nichts wirklich was besonders was hier was schon was anderes besonderheit ist sind die eigentlich mehr die torpedos und die liebe ich habe mir anderen gerade auf discord gerade wissen was besprochen obwohl ich gerade was gegessen habe kann ich wieder kurz mal geguckt der liebe jahre hat bis noch so schön für oberst passt gesagt ja wegen wegen hbm ja da würde ich auch gleich geben hier weiß ein schlachtschiff ist ja macht das wie das für den wahrscheinlich menge heil schaden fressen weil nur 32 haben ist auch wie ich nicht viel also 32 vor und hinten ist das was was genommen mitten in verschiedenen deckbereichen ist wird es hier wird sie ja leider nicht angezeigt 20 prozent torpedos schutz ist auch nicht wirklich viel also ist immer noch so key wert aber auch nicht wie das wahre von ei also hier steht leider nicht die brandstelle ich denke mal ja auch in knapp minute aber naja also sie meint auch ja ich dass das weitere schürfers menge mit der he zu gespampt wird aber mal schauen also torpedos ist okay geschwindigkeit ist er so grottenschlecht das ist ja so geschwindigkeit von der amato style also wirklich also wie die oberstelle hier 32 33 kronen haben viele schlachtschiffe auf diese stufe aber 30 ist auch schon fast relativ untere dritte beinah schon geschwindigkeit ist die mao tarmwert finde ich persönlich sehr gut von 13 kilometer das ist das ist der fast alle detalien von alten einer alten tc was sie hatten sie hat also 13,4 kilometer also hier hast du ein schiff was relativ sehr gute tarnwelle sind besitzt also hier kannst du auch mit dem torpedos arbeiten aber natürlich haben wir nur 35 ich finde es persönlich ist reichweite von schliefen auch hat schiefen auch hat auch die torpedos aber sie sind also so entfernung und nahkampf kann beides verwenden mal was so hier sind er mal die torpedos und mal was besonderes mal das ist nichts besonderes oder wie bei schiefen die hat ja ich glaube dass mit 14 kilometer glaube ich um den dreh 14 oder 12 kilometer weiß ich nicht also kai ist schon mal sehr interessant also ok für ein europäisches schiff ist ganz gut aber hier so wirklich harte kellen aber auf kreuzer jahre auf schlachtschiffen auch nicht eher so eine sache also ist wieder ein schlachtschiff aus was leider wieder mit high wiederum sparen kann naja eure meinung zu den kai was jeder findet packe ich in dem devblog packe immer unter video beschreibungen eure meinung sind schiff wie das ihr ihr so persönlich findet eure persönliche meinung dazu und ja mal gucken wie das kommt ich denke mal wir haben beide hochzimmer also wir haben ja wir haben ja 6 und ich denke mir also zwischen herbst zwischen spätsommer und anfang märz ich denke meine damen dreh würde karl ungefähr auftauchen sobald ist ja die games kommen auch ich denke mal also da wird wahrscheinlich die games kommen ich denke mal darum bin ich wahrscheinlich die nun andere schiffe restliche verdauer angekündigt werden was was den nächsten kommen aber eigentlich mal die schiffe kommen er wahrscheinlich eher nach dem sommer erst wenn wir sagen wir schon noch schönen tag noch schöner noch es wird euch gefallen lassen like da bis das nächste mal unter und rein schoos